Über Wasser Marion Donovan und die Einwegwindel Sie war eine sehr zugewandte Mutter. Aber das ewige Wechseln der Windeln lag ihr gar nicht. Wobei das dabei stets stattfindende Spiel mit dem Baby noch seine beglückende Seite hatte. Störend waren vor allem das Säubern der Gummiunterlagen im Bettchen und das Waschen der Windelberge. Sie hasste das niederdrückende Gefühl der Vergeblichkeit, das Mutter und Kind beschlich, wenn, wie es häufig vorkam, die Windel kurz nach dem Wechsel schon wieder voll war. Diese Sisyphus-Arbeit passte so gar nicht zum Mutterglück. Marion Donovan, Ehefrau und Mutter zweier Töchter, war nicht von gestern. Sie hatte studiert, Literatur und für die Zeitschriften Vogue und Habers-Bazaar gearbeitet. Sie wunderte sich, dass dieses lästige, mit der Kleinkinderzeit verbundene Problem der Windelei im Jahre des Fortschritts 1946 nicht schon längst gelöst worden war. Der Zweite Weltkrieg hatte viele Mütter genötigt, in der Industrie ihre Frau zu stehen. Um ihnen, sowie den Nannys und Omas, die tägliche Arbeit zu erleichtern, hatte man Windeldienste eingerichtet. Aber war das wirklich schon das letzte Wort in Sachen Babypopo? Marion O'Brien erblickte 1917 in Fort Wayne, Indiana als Spross einer Familie von Tüftlern das Licht der Welt. Ihr irischstämmiger Vater Miles O'Brien stellte gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Richard Getriebe für die junge Autoindustrie her und bastelte an eigenen Modellen. Die wichtigste Erfindung der Brüder war eine Drehbank, die für die Getriebeproduktion bald unentbehrlich wurde. Da die kleine Marion ihre Mutter als Siebenjährige verloren hatte, rückte sie eng an ihren Vater und den Onkel heran und verbrachte viel Zeit mit ihnen in der Werkstatt. Sie half mit Handreichungen und guckte genau zu. Bald erwachte in ihr der Ehrgeiz, auch einmal etwas zu erfinden. Als Grundschülerin soll sie ein Zahnpulver eigener Zubereitung unter die Klassenkameraden gebracht haben. Später, auf dem Rosemont College in Philadelphia, fiel sie durch gute Leistungen auf. 1939 machte sie ihren BA in englischer Literatur. Sie ging nach New York und musste dort nicht lange kämpfen, bis sie bei der Vogue einen Job bekam. Aber dann erschien 1942 der Geschäftsmann James Donovan, Lederimporter in ihrem Leben, entführte sie nach Westport, Connecticut und gründete mit ihr eine Familie. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Frauen einfach genial, Erfinderinnen von Barbara Sichtermann und Ingo Rose gesprochen von Katja Schild Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit Biografien außergewöhnlicher Frauen sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.frauengenial.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören!